Neben Magie, Abenteuer und Spannung bietet die Harry Potter Saga dem Zuschauer auch einige Liebesgeschichten. Da dürfen natürlich entsprechende Kuss-Szenen nicht fehlen. Wer aber glaubt, dass solche Kuss-Szenen leicht zu filmen sind und immer Spaß machen, der muss enttäuscht werden. Hier erfahrt ihr, was die Schauspieler in Wirklichkeit über ihre eigenen Kuss-Szenen mit ihren Kollegen gedacht haben. Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, zeige es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere Sehenswert und sei gespannt auf die nächsten Videos. Emma Watson und Daniel Radcliffe Im letzten Teil der Harry Potter Saga kann man eine Kuss-Szene zwischen Harry und Hermine sehen. Aber ist Hermine nicht mit Ron zusammen? Wie kam es zu dem Kuss? Auf der Hochzeit von Bill und Fleur greifen die Todesser erneut an und Harry, Ron und Hermine flüchten überstürzt nach London. Sie kommen in einem Café an, um sich zu unterhalten, aber Dollarhoff und Rowell, zwei Todesser, finden sie und greifen sie an. Doch das Trio überwältigt sie und entkommt wieder. Das Trio macht sich auf die Suche nach dem Horcrux, dem Medaillon von Salazar Slytherin, um einen Weg zu finden, es zu zerstören. Dem Trio gelingt es, das Hauptquartier des Ordens des Phönix zu öffnen und Creature, der Hauself, erzählt ihnen, dass das Objekt in den Händen von Mandangus Fletcher ist. Das Trio mit Creature und Dobby verhört Mandangus. Mandangus antwortet, dass er ihn an Dolores Umbridge verkauft hat und so setzen sie einen Plan in Gang, um das Zaubereiministerium zu infiltrieren und den Horcrux erfolgreich von Umbridge zurückzuholen. Dabei wird Ron jedoch schwer verletzt, was sie dazu zwingt, ihren Marsch zu Fuß fortzusetzen, da Ron durch die magischen Erscheinungen geschwächt ist. Sie werden gewarnt, dass Voldemorts Name verhext ist, was dazu führt, dass sich alle Schutzzauber auflösen, wenn er erwähnt wird und dass die Position desjenigen, der ihn ausspricht, an Jäger, die als Snatchers bekannt sind, übergeben wird. Harry und Hermine beginnen, auf eigene Faust Hinweise auf die Zerstörung des Horcruxes zu entdecken. Ron wird Zeuge davon und beginnt, Eifersucht auf seine Freunde zu empfinden, was ihn anfälliger für die Wirkung des Horcruxes macht. Er verursacht einen Streit mit Harry und verlässt schließlich die Gruppe, wobei Hermine traurig und enttäuscht von Ron zurückbleibt. Unter dem Bann eines Horcruxes, das einen Teil der Seele des bösen Voldemort enthält, verfällt Ron demnach in eine eifersüchtige Wut über eine Vision von Hermine, dem Mädchen, das er liebt, mit Harry. Hermine und Harry suchen sich in dieser Vision gegenseitig auf und enden mit einem wilden Kuss. Die Szene erweckt den Eindruck, dass Radcliffe und Watson nackt waren, aber beide trugen in Wirklichkeit Jeans. Radcliffe und Watson waren mit nacktem Oberkörper zu sehen, aber nur der Rücken und die Schultern waren unbedeckt. Der Regisseur wollte nicht, dass sie ganz nackt sind. Er hielt es nicht für nötig, weil sie Harry und Hermine für diese Szene, in der Ron durch einen halluzinogenen Dunst geht, mit Rauch umgeben wollten. Aber die Aufnahmen haben doch etwas Zeit gekostet. Die erste Aufnahme war zu fade und Yates sagte den Schauspielern, er brauche ein verrückteres Auftreten. Das war der Moment, in dem Watson sich der Szene wirklich hingab. Der britische Schauspieler Daniel Radcliffe gab zu, dass er während der Dreharbeiten zum ersten Teil von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes von Emma Watsons Kusskünsten überrascht war. Ich wurde von ihr überfallen. Es war erstaunlich. Ich hatte es nicht erwartet. Ich dachte immer, der Moment würde sanft und sinnlich sein. Und plötzlich war da dieser heftige, animalische Kuss, lachte der Schauspieler während eines Interviews mit dem britischen Fernsehen. Obwohl er von dem leidenschaftlichen Kuss seines Co-Stars überrascht war, gibt Radcliffe zu, dass es eine hervorragende Leistung von Watson war und fügte hinzu, dass Rupert Grint bei der Szene sehr gelacht hat. Sie war fantastisch und Rupert Grint hat viel über uns gelacht. Als er Emma küsste, konnte ich ihn aus den Augenwinkeln sehen. Er hat sogar geweint, weil er so sehr gelacht hat, sagte er lauter Daily Mail. Aber Radcliffe beschwerte sich nicht. Außerdem betonte er, dass viele Männer gerne an seiner Stelle gewesen wären. Ich beschwere mich nicht. Es gibt tausende von Männern, die sich die Gliedmaßen abschneiden würden, um in dieser Situation zu sein. Hermine und Ron Ach, und was genau habe ich zu dir gesagt? Mein Name. Nur mein Name. Es gibt mehr als nur Magie in der Harry-Potter-Saga. Unter den fantastischen Aspekten bot die Saga uns auch schöne Liebesgeschichten, zum Beispiel das Paar Hermine Granger und Ron Weasley. Im Laufe der Wochen in Hogwarts wären Ron und Hermine beste Freunde. Sie ergänzen sich perfekt. Ron bringt die kleine Dosis Humor mit, die Hermine fehlt, während sie einen Hauch von Intelligenz und Motivation in sein Studium einbringt. Ihre Freundschaft geht so weit, dass er Malfoy angreift, als dieser das Mädchen beleidigt. Und Hermine findet Trost in Rons Armen, als Buck vom Zaubereiministerium hingerichtet wird. Und dann übernehmen die Hormone in der vierten Klasse, das Ruder und mischen sich ein. Der berühmte Ball in Hogwarts. Wir waren alle untröstlich, als Hermine und Krum auf die Party gingen. Auch wenn wir sie verstehen. Ron hatte nicht den Mut, sie einzuladen und benahm sich an diesem Abend wie ein echter Schuft. Bei diesem Ereignis werden ihre Gefühle offenbart. Hermine scheint mehr zu verheimlichen, als sie Ron gegenüber zugibt und andersherum. Keiner der beiden will den ersten Schritt machen. Aus Angst, ihre Freundschaft zu zerstören. Infolgedessen besteht der Rest aus nichts als Blicken, Lächeln, Hänseleien und Sticheleien. Bis zur sechsten Klasse, alias dem Moment, in dem Ron eindeutig etwas tut. Auf der Hochzeit von Bill und Fleur wird Ron eifersüchtig, als Krum mit Hermine spricht. Zwischen Rons herzzerreißender Abreise, seiner schrecklichen Vision, als er die Halskette zerstört, ein Moment, der im Film noch schlimmer ist, und vor allem Hermines Folter, steht das kleine Paar vor vielen Prüfungen. Sie öffnen die Augen über ihrer Verbundenheit zueinander und all diese Spannung wird sie schließlich während der Schlacht von Hogwarts materialisieren. Ende gut, alles gut. Auch wenn der kleine Kuss, den sie teilen nach sieben Jahren, ich liebe dich auch, ziemlich dünn ist. Als Emma Watson über die Szene sprach, in der sie ihren Co-Star Rupert Grint küsst, nutzte die junge Schauspielerin die Gelegenheit, eine kleine Botschaft an die rivalisierende Saga zu senden, indem sie darauf hinwies, dass sie nicht leben, um Sex zu verkaufen, wie Twilight. In Aussagen gegenüber dem Empire Magazine kommentierte Watson den Kuss mit ihrem Freund Rupert Grint, Ron, eine der am meisten erwarteten Szenen für Fans der Bücher der Autoren J.K. Rowlings. Und das tat sie, indem sie die Art dieses Kusses mit einer anderen Saga verglich, nämlich der mit Robert Pattinson und Christian Stewart in der Hauptrolle. Dieser Kuss zwischen Hermine und Ron wurde lang erwartet. Abgesehen von dem Vergleich mit Twilight gestand die 22-jährige Schauspielerin auch, dass die Szene über Vergleiche hinaus sowohl für sie als auch für Grint ziemlich unangenehm war. In der Tat, es war furchtbar unangenehm. Wir konnten nicht aufhören zu lachen, verriet sie. Ich habe diese Erinnerung daran, wie ich sein Gesicht immer näher und näher kommen sah. Und ich dachte nur, oh mein Gott, ich kann mich an nichts von diesem Moment an erinnern. Wirklich nicht. Rupert Grint kann es zwar lauter, aber nicht deutlicher sagen. Der berühmteste Roadshop von Hogwarts hat gestanden, dass er die Szene, in der er Emma Watson küssen musste, nicht besonders genossen hat. Aber keine Panik. Für alles gibt es eine Erklärung. Grint hat gestanden, dass, wenn er diese unangenehme Erfahrung mit seiner geliebten Hermine hatte, es daran lag, dass sie zusammen mit den Dreharbeiten zu den Harry-Potter-Filmen aufgewachsen sind. Sie begannen, als sie beide erst neun Jahre alt waren. Und als er die ikonische Kussszene machen musste, war es für ihn so, als ob er seine Schwester küssen müsste. Und deshalb war die Erfahrung extrem seltsam. So süß die beiden als Filmpaar auch sind, Hermine und Ron hätten auf jeden Fall zur Paartherapie gehen sollen, sagte selbst die Autorin. Im siebten und letzten Buch, der Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Saga, heiratete Hermine Granger, die beste Freundin von Harry Potter, schließlich den Rotschopf und gründete eine Familie. J.K. Rowling sagte, dass die junge Frau bei Harry hätte landen sollen und nicht bei Ron. Aus Gründen, die wenig mit Literatur zu tun haben und mehr mit Rowlings Wunsch, sich an die ursprüngliche Handlung zu halten, wie sie sie sich von Anfang an vorgestellt hatte, kommen Termine am Ende mit Ron zusammen. Das erklärte die Autorin in einem Interview mit dem Wonderland-Magazin. Auch Emma Watson glaubte, dass die junge Hexe als Paar mit Harry Potter besser gewesen wäre. Sie sagte selbst, dass sie wüsste, dass es Fans gäbe, die dies genauso sehen und dass sich viele fragen, ob Ron sie wirklich hätte glücklich machen können. Harry und Ginny Ein kurzer Rückblick auf Harry und Ginnys Liebesgeschichte. Im fünften Jahr werden Harrys Gefühle für Ginny für ihn immer deutlicher. Zuerst kaum sichtbar, dann immer deutlicher, bis er sie nicht mehr ignorieren kann, besonders nachdem er Ginny in Dean Thomas' Armen erwischt hat. Obwohl Harry sich einzureden versucht, dass seine Gefühle für Ginny nur freundschaftlicher Natur sind, muss er sich nach einer Reihe von sehr deutlichen Träumen den Tatsachen stellen. Er hat jedoch Angst vor Rons Reaktion, der sehr besitzergreifend ist und es nicht leiden kann, wenn sich ein Junge seiner Schwester nähert. Harry denkt immer wieder an sie, während er befürchtet, wie Ron reagieren würde, wenn er es herausfindet. Als es zur Trennung von Dean kommt, ist er natürlich zufrieden, traut sich aber nicht zu handeln und liefert sich einem schrecklichen inneren Kampf aus, indem er zögert, ob er sich mit Ron zerstreiten oder Ginny aufgeben soll. Erst in der Euphorie eines Quidditch-Nachspiels, bei dem Harry mit Severus Snape nachsitzen musste, offenbart er ihr seine Liebe. Ginny springt ihm in die Arme und sieht ihn mit entschlossenem Blick an. Ohne nachzudenken, küsst Harry sie vor allen. Alle sehen zu, einschließlich einer triumphierenden Hermine und einem verblüfften Ron, der sie leicht verwirrt anschaut, was Harry als ein, nun, wenn sie wirklich müssen, interpretiert. Harry und Ginny verabreden sich bis zum Ende des Jahres, als Harry ihr sagt, dass sie sich trennen müssen, weil er nicht will, dass ihre Beziehung sie zu einer Zielscheibe für Voldemorts Anhänger macht. Eine besonders süße Szene im Film, Ginny küsst Harry an Harrys Geburtstag. Ginny und Harry haben drei Kinder, James Sirius Potter, Albus Severus Potter und Lily Luna Potter, die jüngste, die zwei Jahre jünger ist als Albus. Daniel Radcliffe spricht über seinen Kuss mit Bonnie Wright. Als finaler Kampf zwischen den Mächten des Guten und des Bösen ist Harry Potter und die Heiligtümer des Todes mit Action und Zerstörung gefüllt, aber auch die Romantik kommt nicht zu kurz. Daniel Radcliffe kommentiert einen Teil des letzten Teils, in dem er einen Kuss mit seinem Co-Star Bonnie Wright, der Darstellerin von Ginny Weasley, teilt, der inmitten des Chaos der Konfrontation zwischen Zauberern stattfindet. Es gibt einige Kuss-Szenen im letzten Teil, an einer Stelle gibt es sogar einen Kuss während des Feuergefechts, was sogar Daniel Radcliffs Vorschlag war. Es wurde auf eine weniger dramatische Art und Weise gemacht, zum Beispiel wenn man hinauseilt, weil es möglicherweise der letzte Moment ist, in dem man sich sieht. Daniel Radcliffe erklärte weiter, wie er in einer ähnlichen Katastrophensituation reagieren würde, wenn ich in der gleichen Situation wäre, würde ich fast jeden küssen, wenn ich wüsste, dass das Ende naht. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses, gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gern mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017